Meier Landroth ist auch so ein intensiver Name. Wärst du gerne Bundeskanzler? Ich glaube ja. Ich mache bis 1989 mein letztes Konzert und dann habe ich noch sieben Jahre, wo ich das so auslaufen lasse. Was wäre der beste Ort um mit 1989? Ich habe damals gerade in der Kurmuschel in Timmendorfer Strand. Das Zuhause ist der gefährlichste Ort der Welt, denn da passieren die schrecklichsten Dinge. Das heißt, die Menschen zu Hause sind, jedenfalls statistisch betrachtet, gefährlicher als die Attentäter, vor denen wir uns so fürchten? Ganz sicher. Also wenn du dich vor jemandem wirklich fürchten musst, dann vor deiner Frau, wobei sich deine Frau vor dir noch viel mehr fürchten muss. Für mich gibt es kein spannenderes Thema als die Digitalisierung. Die Digitalisierung ist die wahrscheinlich größte Herausforderung für uns als Gesellschaft, für die Wirtschaft und natürlich für jedes einzelne Unternehmen. Die Digitalisierung ist die wahrscheinlich größte Herausforderung für uns als Gesellschaft.